Vielleicht reicht dir schon ein richtiger Pustraub. Wie wär's denn mit dem Attentat? Worum geht es? Um einen Überfall auf einen Geldtransport. Was? Was treibst du denn so? Nach Stadt Guerilla oder schon Rheinhaus? Hawaii, Jamaika oder Südsee? Ja, ja. Voll Pension im Knast. Um 9 Uhr verlässt der Transporter die Zentrale, dann ist er zwischen 10.50 Uhr und 10.55 Uhr an unserer Bank. Und wir müssen auf jeden Fall den Montag nehmen, weil wir dann die Kohle vom Verkaufsaufenden Samstag dabei haben. In the cold light of the morning Shadows come and go Junge, pass auf. Ihr habt eine Woche, sieben Tage und ich will eine Million. Tja, am Ende wird die Ende finden. Mal 내가 die Woche, sieben Tage und sieben Tage und dir proceedings Rheinhaus. Lass uns die Woche wiederfunktioniert sieben